Die Südpfalz empfängt uns im Regen. Ich bin mal wieder für Born to be Wine unterwegs, heute am Ende der südlichen Weinstraße. Dort treffe ich Friedrich Becker und schaue mir sein Weingut an. Friedrich, der lieber Fritz genannt werden möchte, liebt Burgunder und zielt auf Perfektion nach französischem Vorbild. Die Weinberge liegen allesamt im Elsass ein paar Kilometer vom Weingut in Schweigen entfernt. Dort lebt der Winzer auch mit seiner Familie. Während wir uns unterhalten, kämpfen die Mitarbeiter mit den Reben. Das Wetter hat zu einem Wachstumsschub geführt, sodass alle Ranbissen auch völlig durchnässt. Spätestens heute wird mir klar, dass Winzer sein an manchen Tagen kein Traumberuf ist. Wieder im Trockenen zeigt mir Fritz, der das Weingut in der achten Generation führt seinen Holzfasskeller. 800 Fässer und es duftet herrlich nach Rotwein, wenn ihr das riechen könntet. Danke Fritz für die Einblicke. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Aufzeichnung. Bis bald bei Born to be Wine.